So, wollen wir das mal abändern. Ja, hab ich. Ja, ich hätte weiter weg gehen müssen. Ich muss Player unknown spielen jetzt, um wieder runter zu kommen. Was zappelst du eigentlich, Sex? Was? Das ist PvP, da musst du halt, ja? Sollen wir jetzt alle den Serien verlassen? Jack, wenn du Puck kenntest, würde ich das mit dir zusammenspielen, ey. Na, Leute. Ich hab dich im Übrigen gefressen, gell? G-G-Match. G-G. Genau, G-G-Malisch rüber. Queenie? Ja? Da infizierst du dich. Ah, okay. Besonders, wenn's Pfeile sind. Oh Mann, ey. Deswegen blühen die Stengel immer so. So. Während wir noch auf die anderen warten, mal die Frage in den Raum rein. Wer von euch hat den Kisten gefunden? Ja, eine. Habe ich. Ja, wir haben eine. Gruppe G auch. Ja. Ich hab die gefunden, die Jack gelootet hat. Ich frag anders, wer hat denn von euch Kisten gefunden, die jetzt nicht gelootet waren? Ähm. Und nur Gruppe G? Nein. Gruppe C auch. Eine versteckte Kiste? Ja, ja, haben wir gefunden. Also keine Spielerkisten, oder was? Nein, eine Kiste. Auf zwei von oben, wie auf dem Server. Auf Rebarframes mit einer Kerze dran, hatten wir dann ein paar Meter weiter im Stein so ein bisschen eingebuddelt eine Kiste. Wir hatten mal eine Pistole, bisschen Munition fürs Aidkit und ein schönes Messer. Hat denn einer die Kerze gefunden mit den Träten in den Außenrum? Ha! Nein. Anscheinend nicht. Es war kurz ne Idee, wir haben es aber nicht gemacht. Hallöche Popöche! Hallöche! Na? 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 Jetzt vollzählig. Der Run ist jetzt noch. Ah, okay. Der Run ist jetzt auch da, das heißt, ist runter vom Server, richtig? Achso. Achso, ja. Ne, da bin ich noch drauf. Ja, einmal da runter. Ach, dich, da hat er Pech. Achso. Ich dachte, wie sollten wir da rauf? Jetzt bin ich raus. Nein. Gleich, gleich, gleich wieder. Ähm, erstmal kurz runter, weil, ähm, dann schauen wir mit Zombies aus. So, was noch die Frage, weil du so kam, das stelle ich jetzt einfach mal so kurz zur ganz, ganz kurzen Diskussion noch in den Raum. Ähm, das war so von mir so ne kleine Idee. Wir könnten zum kleinen Abschluss vielleicht sagen, wir treffen uns, gehen alle nach Zwill rein, legen uns auf eine Waffe fest und machen so ne Art Last Man Standing ohne Zombies, nur die 35 Spieler in Dirtville. Ja! Ja! Oh Gott! Steinexte bitte, Steinexte. Also, heißt im Umkehrschluss, wer tot ist, ist tot. Ich schmeiß mich freiwillig auf den Boden, ich kenn das schon. Ich nehm das Knochenmesser. Ich wollte gerade sagen, Knochenmesser ist gut, Knochenmesser ist gut, so richtig schön. Wir haben gedacht, so Blunderbass oder sowas zum Beispiel. Oh ja, bitte, ja. Boah, was? Irgendwas zum Schießen muss schon sein. Also natürlich, natürlich Blunderbass und es sind, ich sage mal, dass ich zum Beispiel fünf First Aid Kids nehmen kann und dann ist gut. Ja. Und dann wirklich dann, mehr nicht. Jacky, wirf mir zwei gleich vollkommen aus. Bitte? Wie viel Schuss? Ja. Ja. Unendlich, ne? Unendlich. Aber mit Flugmodus an. Ja, ja, hab ich jetzt, hab ich jetzt gerade angeschaltet, dann kann sich jeder seinen eigenen Blunderbass nehmen im Endeffekt nochmal. Wirfen wir da rein? Ja, jetzt können wir da joinen. Würden wir vorher die Statistik machen? Aber Jacky, verstehe ich das nicht. Das machen wir jetzt vorher. Du brauchst nur unendlich Schuss. Ja, stimmt. Eigentlich brauch ich nur 34. Irgendwie reicht, ne? Weil aus dem Blunderbass bin ich dann danach raus, weil ich müsste danach jetzt gleich noch weiter. Ach stimmt, du bist ja noch auf Geburtstag eingeladen. Richtig. Pit? Hashtag alle loben. Hashtag alle loben, ja. Willst du vielleicht mal mit... Besonders Schrömer. Gute Abend. Vielleicht hätte ja zusammengeschrieben mal kurz mal die Funde dann einschalten oder so, wäre das möglich? Wäre das möglich? Das wäre natürlich hervorragend. Der Screenshot würde auch gehen, oder? Doch. Ja, genau. Bitte einmal keine Bomben zu nehmen. Ja. Danke. Hoch! Boom, boom, boom. Treffen wir uns bei dem ursprünglichen Startpunkt oder was? Ja. Ähm, ja. Ne, Dearsville dachte ich jetzt aber. Danke, Lady Girl. Achso. Lass uns die Dearsville am Krankenhaus dann treffen. Ja, bäh. Ja, genau. Wo ist das? Wie kann man nochmal fahren? Ich glaube, das war hier bloß lang, ne? Wo ist das? Hat jemand mal... Dearsville war? Ja, hier ist das. Da hinten, ne? Einfach Richtung Osten, Paula? Ja, ich glaube ja. Wenn du am Treffpunkt bist, Richtung Osten. Ja, ich will da schon... Überfliegen nochmal. Ah, ah, ah. Könnt ihr dann nochmal jemanden was zu trinken geben? Weil ich verdurr's dir sonst. Äh, kannst du dir auch selbst holen jetzt? Weil es ist, ähm, die, äh, Cheat-Modus, also Kreativ-Menü ist angeschalten. Das heißt, du kannst dir das selbst holen. Ich spiel in die Cheat-Modus. Äh, wie mach ich das? Äh, die Konsole CM. Äh, bitte? Wie jetzt? Ne, du kannst ganz einfach dein Inventar öffnen und oben rechts ist so eine kleine Glühbirne, wenn's draufklingst, äh, klickst, klingelst. Ihr habt aber eine langweilige Base. Was sollen wir uns raus holen? Die von Odin. Landerbasser. Äh, ich. Die kriegst du nicht. Landerbasser. Keine 800er. Ach doch. Wollen wir nicht alle dieselben nehmen? Wie wird das? Dass die eine nimmt. Dass keiner die nimmt. Und dann, äh... Ich hab jetzt 245er. Ich schmeiß mal 80 Stück am Boden. Wo ist denn das? Ach da. Äh... Schreibt man wie. Boah, hier fliegen sie, finde das super. Verband alles weg? Ja, wir treffen uns hier vom Krankenhaus. Verband alles weg? Oder Puppenpilz, ja. Die Puppenpilz? Ne, ja, hier vom Puppenpilz. Jetzt müssen wir uns alle festlegen. Oh. Hier gibt's eine Mückenplage. Weck. Keine First-Ace-Kids. Hey, mach mal ein Dearsville am Krankenhaus. Weffen wir uns. Ich schmeiß mal die ganzen Blanderbass hier auf den Boden einfach. Ich folge mal dem Schlitzel. Munition könnt ihr euch ja selber holen. Äh... Ja, der kann sein, dass die nicht lange noch hält, ne? Na, komm, Forst. Ey, danke. Kannst du mir mal bitte... Kann mir mal bitte irgendjemand sagen, wo wir hin müssen? Ja. Ich schere einfach mal kurz einen Waypoint. Ja. Ich flieg mal zu... Jetzt kommt noch Chaos-Ende. Jeder gegen jeden. Wer ist denn da oben? Ah, Gute Nacht, Asrak. Mehr hab ich jetzt nicht. Reicht das? So. Ich hab noch nicht. Moment. Munition fliegt nur. Ihr könnt euch rausholen. Einfach mal was zu essen, das ist doch wichtig. Oh, wie das lecker. Wo denn rausholen? Also keine Bandage, oder was? Okay. Ich würd schon die First-Aid-Kids nehmen, weil wir haben ja unterschiedliche Health-Statistik auch, ne? Ja, stimmt. Jetzt... Jetzt... Jetzt alle vollpumpen, das alle... Achso, deswegen. Ja, das funktioniert. Ja, Jack... Irgendwie komm ich doch mal ins Menü. Ich hab's, äh... Wo ist denn die... Wo ist denn der Herr Kaiser? Auf die Glühbirne. Ich danke dir für dein... Oh, was ist denn das für eine Leck? So, erstmal nochmal alle raus hier. Ah, ja. Ah, nee. Kann mir nochmal jemand sagen, wie ich in die Konsole komm, wo ich das mir rausnehmen kann? Ja. Mit U. Ähm... Ja. Könnt ihr mir mal was sagen? Wie ich's kriege? Die liegt alles voll. Ja. Okay, hab ich. Ja, danke. Die Zuschauer passen auf, dass sich keiner eine andere holt. Meine nicht. Alter, jetzt kommen hier nicht aus... Oh, Leck! Wo ist denn? Wo seid ihr denn? Wow! Unten. Puh! Ingelegter. So, und für's Elke... Was ist denn ich? Was für eine... Was für eine Waffe? Fünf stille Landerbass. Die liegen hier. Lagen hier. Moment, ich mach mal. Ich mach mal. Und... Und bitte. Sicher, dass... Sicher, dass ihr diese ollen Dinger haben wollt? Alter. Ich sag ja Knochenmesser. Oder Schrotzer. Aber du weißt ja, was passiert denn. Ich würde aber auch sagen... Wie kann ich jetzt wieder runter? Ähm... Wo seid ihr denn? Bettlegen. Ich hab keine Ahnung. Bettlegen. Wieso? Wer stirbt das raus? Wir wollen doch eh erstmal noch ein Kuppenbild machen oder so. Wer stirbt das raus? Vielleicht sollte jeder irgendwo... Äh... Dings, dass wir... Boah! Also was schonmal nicht geht, ist... Ich habe nichts. Ich habe nichts. Hört mal auf zu schießen, bitte. Kruppelt wie Sau. Danke. So, wo habt ihr das hingelegt? Standbild. Stopp, 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 stopp. Wie Sau, Alter. Wie heißt das? Medikip nochmal? Wer ist das? First Aid Kit. First Aid Kit. Wer ist da direkt bei mir hier? Also ich weiß nicht, wie man das schreibt. So hellig. Ist wahrscheinlich geschnitzelt. Ah, Mayo. Ja, was weiß ich. Mayo ist das. Mayo, du bist bei mir im Boden drin. Ein Bürach. Hau rein, mein Lieber. So, und wo ist das jetzt? Haben wir noch irgendeine Munition? Jetzt besser? Genau. Wenn du... Komm mal her. Äh... Könnt ihr mir bitte sagen, wie man das schreibt? B-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Äh... Wir sind in der Hacke unterwegs, ey. Äh... Joachim, wo bist du? Ach, ja. Aber kann ich euch ja nicht gleich geben. Ja, wer kann das nur sein hier? Ich glaub, das war Gonschi gewesen. Das ist fränkisch. Jacky, Jacky ist auch fränkisch. Ja, ist zu viel los hier. Was... was brauchen wir jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hört das auf! Ich wollte kurz sagen, hört mal auf zu schießen hier. Das wäre total nett, weil es ist echt laut. Was brauche ich denn jetzt? Ja. Wir haben ja das Verstehen. Ich baue schon mal eine Treppe fürs Gruppenfoto. Wow. Spaß muss sein, oder? Lass uns doch erstmal ein Gruppenfoto machen, dann ist gut. Bevor wir uns jetzt kloppen. Alle ins Loch. Alle ins Loch. Ich baue mal hier eine Treppe fürs Gruppenfoto. Und zwar... Könnten wir kurz die Explosion lassen. Danke. Auf dem Krankenhaus? Ähm... Auf... Also... Hier haben wir Krankenhauseingang und auf dem Krankenhaus. Also... Also auf dem... Über dem Eingang im Endeffekt. Das haben wir so wenig aufgefahren. Ich brauche einen Pilz, ja? Ja. Ja, genau. Also... PvP würde bei mir kaum gehen. Leckt so arig? Ja. Geht gar nicht. Ständig Standbild, ja. So, und was ist jetzt hier? Du musst die Kartequalität drunterschrauben. Ja. Weil mir lag nur das TS. Was ist das? Fünf First-Eight-Kids, ja. Da habe ich jetzt auch gerade das Team. Was ist jetzt? Alle auf das Dach, oder was? Ne... Aufs Dach und unten. Und unten. Also nicht alle aufs Dach. Ein Teil unten und ein Teil oben. Gruppenfoto, ey. Das gibt ja ein Megafoto, ey. Gonji, 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 Gonji. Ich habe Standbild. War Foto. Gonji, Gonji, Gonji. Ich habe mich kaum bewegt gerade. Ich stehe unter ihm. Okay. Also, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Jumper steht auf Hölle. Auf jeden Fall. Jumper steht auf Hölle. Auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Ich habe so verstandelt. So, alle da? Alle dran? Oh, Jackie ist auch da? Bitte? Ich bin rausgeflogen gerade im Moment. Ja, haben wir gemerkt. Bist du vom Server auch geflogen oder nur TS? Ja, ja. Komm. Komplett. Alles ist geflogen. Ich hab noch einen kurzen Moment. Ich hab noch einen kurzen Moment. Oh, ich hab alles. Weg. Ja, Jackie muss natürlich auch mit aufs Welt. Ach, ich hab mir zwei Sekunden. Chat, dass dein Stream auch weg ist. Jackie? Jackie? Ja. Jackie, leg dich davor. Jackie kiss das Server, schreibt hier bei mir jemand. Jackie killt irgendwie alles. Ich hab manchmal meine Momente. Ich hab mir zu schnell den Stu rein gehauen wahrscheinlich oder so. Das wird sein. Just in dem Moment als das war, hab ich mir nämlich auch Stu gezogen. So, wo ist der auch mehr? Ja. Ich, 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 ich würd, ich würd zu ihr. Mö 저도. Mann, ich, ich. Ich möcht gern wissen, was das sind. Was ist denn das für ne Junke behaltet? Oh, ich. Ach, lass mal wie die Hähnen aufhören, bitte. Danke. So. Hört mal kurz. Ich bin gleich da. Erst mal. Hallo, Kaiser. Hallo, Kaiser. Nehmt den Professor die Drogen weg. Ich hoffe, dir alles klar. Oder gib die mehr, je nachdem. Oder gib die mehr. Hey, wir schmeißen das Bier weg. Ah, Biertrick. Es regnet Bier. Wie überall nur die Döschenklappen. Voll die Junkies hier, ja. Weißt du, das Schlimme ist, ich habe gedacht, komm, Max, jetzt nicht. Die Pippe sind wieder hoch. Jackie, bist du auch wieder hoch? Wahrscheinlich nicht mehr. Oh, Leute, aber das ist doch, wenn die jetzt alle hier die Sachen fressen, dann dauert das ewig. Ja, mit 500 Wellen jetzt nachher. Ja, okay. Dann bin es essig, aber achso, wollten wir das machen? Ach, scheiß drauf. Nee, sollten wir nicht. Oh, Jackie, komm hier vor. Wer frisst denn die ganze Zeit hier? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch sieben Sitz. Ich trinke nur Bier. Jackie, hier. Genau, hier. Ich habe nur... So, jetzt bitte mal herschauen. Bitte einmal schön. So einen Moment. Ich habe einen Sitz. Jackie, zieht dir doch mal was an. Wollen wir mal? Da ist das Vögelchen. Hey, schieß. Maura Dicotie. Ah, okay. Das ist vor allem ohne mich. Maura Dicotie. Und jetzt alle Apokalypse. Lüppel. Lüppel. Lüppel, was? Ey, war das mit Klamotten oder so? Alles ganz normal, oder? Ja, ganz normal mit Klamotten. Keine Rüstung. Also Rüstung im Sinne von Iron-Rüstung oder irgend sowas. Okay. Nur ganz normale Klamotten halt. Wie meint er das? Und? Ist der Fotograf mal fertig hier? Ja, ich bin schon fertig. Achso. Achso. Ich war nicht mit drauf. Ganz kurz, welche Blunderpass haben wir denn jetzt? Haben die alle das gleiche Level oder haben die jetzt andere irgendwo? Äh, nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach. 245 hab ich jetzt. Dafür hab ich eine Sniper. Ich hab eine Rüstung. Ich wär dann jetzt erst mal. Klamiga. Schmeckt's? Äh, währenddessen ist das dann erlaubt. Oder nicht? Nein. Fliegen wäre das gerne. Fliegen wäre da noch geiler. Ach komm, erzähl doch nicht. Das wäre doch scheiße. Also ich tausch mal aus. Ich hab zumindest eine 258, aber besser als eine blaue. Ich verteil schon mal ein bisschen Sprüge mit dem Kopi-Produkt. Nee, natürlich, klar. Was, du darfst nur eine haben, oder was? Ja, Moment. Ähm, die... Boah, du siehst du alles mal nicht schießen. Nur eine? Ähm, was für Blunderpass habt ihr jetzt? 245er. Die schmeißt 533er gerade raus. Ja, lass uns die nehmen. Ich hab 545er. Hier kann sich jeder schon mal einen Sarg nehmen. Ja, mach mal. Ich hab ja mit 535er. Aber gut. Oh, Moment. Ich hab die Spiele aufgenommen. Keiserchen. Nein. Keiserchen. Wer möchte meine Premium? Geschöhn. Warte mal. Das Kopi-Foto war jetzt durch, oder wie? War er denn? So weit. Danke, dass du dabei warst. Wenn du es haben möchtest, ist es noch irgendwie fränkisch. Weiß ja noch, ob es braucht. So, auch Layer-Unlocken. Und, ähm, Dropboxen. Okay. Bitte was? Okay, von mir aus kann man was. Alles klar. Ich kann was. Ist gut. Ja. Ja, da ist kurz was dringend, bitte. Danke fürs dabei sein. Hallo. War schön. Wir hatten jetzt gewonnen eigentlich. Na wir. Das ist jetzt, das wäre jetzt der nächste Punkt. Das klären wir gleich. Dann, dann mach das jetzt mal. Browse, Paul. Vielen Dank für dein Follow. Ähm, bitte habt ihr da schon was? Äh. Oh. War nicht. Also das würde ich gerne noch mitkriegen. Von einem 2 auf einem 3 werden die Uhren umgestellt. So, und geht's los? Oder warten wir die? Nee, Moment. Aber, schreibe ich. Ich bin da ein. Jetzt nur die Kids, ne? Ja, die, die Punktzahl insgesamt, die hinten dran steht. Dürfen wir schon. Dann sind wir auf 19 und 19 bei HomeoffgamingTV. Äh. Das heißt, 2 gewinnen. Nein. Achso. Der Score ist doch aber komplett irrelevant dabei, oder nicht? Ganz sicher. Ja, was ist denn jetzt? Die einen ballern, die anderen nicht. Nee, noch nichts. Die anderen fliegen, die anderen nicht. Das ist immer so. Ja. Das ist im Zirkus so. Willkommen bei erwachsenen Leuten. Ja, genau. Holger, wo bist du denn? Ich stehe hier vorne auf dem Auto. Ganz friedlich. Schreiber klingt ein bisschen Hacke. Was hast du denn getrunken heute? Gar nichts. Noch gar nichts. Das war ja wohl. Das ist das Problem. So, also nun mit oder ohne fliegen? Okay, also. Ohne. Ohne fliegen. Gut. Haben wir das auch geklärt. Ja, ohne fliegen. Aber wie kann ich denn jetzt hier? Ein Hellskid? Ja. Gut. Wie eins? Eins. Ich denke fünf. Eben war noch von fünf. Eins. Eins nur? Nee, fünf haben wir noch gesagt. Fünf. Ja, haben wir noch gesagt. Ein Stack. Ein Stack. Das war so ein Stack. Das soll ich jetzt entscheiden, was wir jetzt machen. Ich muss mich aber einmal noch mal heilen, weil ich gerade mich von irgendjemandem getroffen wurde. Moment. Was darf man denn jetzt genau haben? Ops. Falscher Knopf. Ey, was? Na sicher. Er hat mir denn jetzt das Beinchen gebrochen. Was meinst du jetzt mit was drücken? So geil. Was muss ich denn jetzt drücken, damit ich im normalen Modus bin? Ey. Wieso bin ich tot? Wieder H. Im normalen, du kannst du mal H dann. Ach so. Okay, gut. Okay, gut. Der Mac. Und wo spielen wir? Einfach nur hier auf dem Spielplatz oder was? Ja, allgemein in Diasville. In der Stadt. Genau. In der Diasville-Stadt? Ja, bei so vielen Leuten nur. Ja, dann kann das so werden. Wir haben zu viert in der Stadt gespielt. Ja. Ich glaube, wir gehen mal einen Schritt auf Seite. Auf Seite. Und wann geht's los? Wer fliegt denn da? Moment, die rechnen gerade noch. Wann? Ich wollte gerade sagen, haben wir ein Ergebnis? Weil ich würde mich dann quasi, wenn wir hier durch sind, ganz langsam verabschieden wollen. Ja. Denkt dran, wir haben eine Stunde weniger Schlaf heute, ne? Oha. Als ob du schlafen hier bist. Party-Kaiser. Das ist klar. Muss ich mir nicht gegessen. Ja, gleich noch keine Reihe, oder? Was ist, sollen wir uns jetzt hier verteilen, oder was? Kranty Fire ist eh an, also wir müssen das labern. Ganschein, mach's gut. Morgen früh ist Krankenhauer, sagen wir Sachen. Ja, wie, das war jetzt nicht die Generalprobe für das Leben. Ach ja. Das kann nur Stunden dauern. Auf was warten wir eigentlich jetzt gerade? Auf das Ergebnis? Das Ergebnis ist auch recht passiert. Oh, das ist keine Excel-Tabelle. Musst mal Schrömer fragen, der macht so was. Was ist denn ein Scherz? Du meinst, ich röber das Mod, mach das dann. Was ist denn eigentlich Kaiser? Wie viel Kaiser-Kältik sind hier? Hier wird schon geschrieben, das Ergebnis bekommen die Mitspieler dann per Post so in ein bis zwei Monaten. Ja, genau. Das kann sein, ja. Aber irgendwie sind die nicht gezählt worden. Ach so. Ich teile dann die Ergebnisse aus, oder was? Ja. Nein, 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 nein. Genau, das magst du. Persönlich, bitte. Können wir nicht nach Level gehen? Wie nach Level? Da, da bin ich nicht ganz enttäuschend. Nach Level und nach Kills. Oder wir machen nur Zombie-Kills. Ich wäre für Tode. Der, der die meisten Tode gestorben ist. Das wäre doch nicht. 32 für Kill. Da wäre ich auch für. Oh, das ist aber eine schlechte Kill-Death-Quote. Können wir nicht nach Player-Kills gehen? Können wir jetzt das Last-Man-Standing vielleicht machen, bis ich es ausgerechnet habe? Können wir Blackout raushalten? Ja, genau. Wir kommen später wieder dazu. Es stimmt eigentlich. Haben die jetzt denn schon den Zustand festgehalten? Dann könnten wir das Last-Man-Standing jetzt einfach mal machen. Ja. Also Stream-Shots irgendwie drei Stück. Ja, Stream-Shots sind fertig. Und dann twittert einer die. Ob die sind fertig oder was? Dann kann ich ja schon mal. Die Plätze fertig los. Ja, die sind fertig. Nein, Kaiser-Mensch. Du bist doch... Ja, was denn jetzt? Also los oder nicht los? Ja, was denn? Wie ist das, wie es läuft, ne? Ja, natürlich. Klar, du erschießt mich gleich. Nein, ich werde dich nicht erschießen gleich. Das ist ja genau der Punkt. Ich bin der Meldung. Ich stehe dir bei mir. Von in der Stadtpartei. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Ich bin dann erstmal raus. Das Ergebnis werde ich mir morgen holen. Und es hat super Spaß gemacht. Ich danke euch für diesen Abend. Mach's gut. Bis dann. Auf rein. Tschüss. 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 Ciao, Aldo. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao rein. Pit, dann jetzt geht gut. Ja, lass mal los. Oder was? Ja, schießt ruhig. Okay, alles klar. Aber irgendjemand zählt irgendwie einen von zehn. Und ich baue Schlangen. Neun, zehn, los geht's. Also auch. Ja, was denn? Los geht's. Oh Gott. Ja, ich bin gleich. Sieben, sechs, fünf, vier. Schreiber, hörst du es nicht? Dass ich schon lange losginge? Alter. Ja, ich bin nicht da. Wer tot ist heute? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist lauter. Schau mal, wie es hier noch alle gesehen. Jetzt sind es alle weg. Hey, komm, bist du an? Oh, ich bin zu. Machst du damit aber nicht, oder? Nee. Ey, Schreiber, was macht's denn denn hier? Alter! Alter! Alter, das ist ganz schön. Boah, Alter. Alter, alle am rumschreien. Boah, ich finde keine Gegner hier. Ich bin nicht aufm. Ich bin nicht aufm. Ich bin nicht aufm. Ich bin nicht aufm. Alter, das ist so hoch. Alter, es ist laut hier. Ich bin nicht aufm. Ich bin aufm. Ach, schön, Schreiber. Das ist sicher meine Absicht. Hahaha, Scheggy. Wo bist du hin? Bleib stehen, Scheggy. Nein! Nein! Das ist ja. Nein! Mein Bein ist fliegen. Gonschi nicht! Du gehst das ganze Novit läuft. Gonschi, Gonschi. Oh Gott. So, wer hat das denn raus? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, was jetzt? Scheiße. Fertig ist. Entschuldigung. Oh Gott. Ich hab das... Jetzt im Spectator Mode. Ja. Ich guck mir im Spectator Mode. Die Idee ist gut. Aber kein Dynamit fallen lassen. Wer fliegt denn hier? Jemand, der tot ist. Auf Fliegende nicht achten. Genau. Ich guck mal so hoch, dass wir uns nicht treffen können. Ah, du hast... Na klar! Ah! Oh, shit! Alter! Run! Ja! Ja! Nein! Nein! Da fliegt doch einer! Ich glaub, das war ich, ja. Ja! Der Rest von dem Blicht ist erst hier. Ihr Lieben, ich werd mich für heute jetzt auch schon mal verabschieden. Tschüss! Tschau! Wer kurz fliegt? Ich bin auch raus! Ich bin auch raus! Tschau! 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 Mauer! Da fliegt doch wer! Wir leben, ach! Ja! Wir fliegen! Wir fliegen! Aber wir gucken auch nur... Hi, Merck! Ja, ja! Das haben sie alle! Hi! Du bist auch tot! Jack! Was? So, wie ich es angefangen habe. Okay, ich denke jetzt werden wir alle durchdrehen. Oh, Queen! Jack, schau mal! Das macht jetzt! Da vorne! Warte mal kurz! Jetzt seh ich nur noch die Blunderbar. Okay! Okay! Aua! Aua! Boah! Tolle! Kannst ablassen! Oh! Oh! Ich lass euch mal ein bisschen Spaß und bin mal kurz after! Ja! Ich fließe mich hier an! Und dann bekommt House of World, genau! Oh, ich hör dich! Oh, Mann! Alter, stört doch mal! Nice, Mann! Nice, Mann! Ich bin schon gekillt! Danke! Wer lebt denn noch am Boden? Hier! Ich bin auch da! Ah! Ich geh auch noch ab! Uh! Okay! Der war korn! Der war korn! Ich hab niemanden angeschossen noch! Nein! Hallo, Chris! Ich wärm schon mal die Bette im Krankenhaus vor, oder? Sehr gut! Sehr gut, sehr gut! Präsentiert schon mal die Bette! Ich hab hier, ey! Und dann geh, wie hab die, ey! Aber es wird schon ruhiger am Boden Nein Und weil Kamika und ich jagen uns gerade Oh Mann, immer wenn wir zu nah dran kommen Ich war doch schon gut Die Leichengeschänze Wie viel Leben hast du denn, Alter? Gleichfalls Wir gehen mal ganz kurz an den Channel Während ihr noch beschäftigt seid Einmal nach oben, Petit, ich soll dich ziehen Toll, der Fluss Queen, halt nochmal an Boah Komm mal kurz ein Raketen-Luft-Battle Scheiße Okay, danke Boah, endlich Wie viel HP hast du denn da? Was ist denn jetzt los? So nicht, Frank, der Rakete So, wo sind die anderen? Verdammt Wo fliegen denn die Raketen oder so? Okay So, damit Wer ist denn das? Lebt noch jemand? Also ich flieg relativ hoch Damit ich den Stream noch was habe Oh nein Was macht ihr da? Nur die Gestürden Nur die Gestürden Hier Hier ist gut Wie ich schon mal gesagt habe Du kannst durchdrehen Oh Mann, wo denn sonst? Du Kokachon Schau dir nach der Sache Chaos oder nicht? Warte ich dir nach? Nein Also die, die, die Die fliegen denn da tot? Nein, wir leben halt nicht mehr So, wir gucken Leertaste Haarblieben und Leertaste Ich bin hier auf dem Parkplatz Wer hat mich erschossen? Ich Prag einfach nicht Peace So, dann bin ich raus Ich bin raus Mach's gut Ja Können wir mal kurz in Gruppe 1 Oder bist du noch? Nee, können wir machen, ja Können wir machen, ja Ja, gut Macht ihr noch was Tolles? User left your channel Verraten sie nicht Ja Ja, was soll das? Zwei auf ein oder was? Ja, fliegen wir nur Wer glaubt, es geht jetzt hier noch fair zu? Fair is out Ich wähle den Freitod Hui Wie der Geiser weiß Der Raketenwerfer einen abbremsen Nee, kann er nicht Nee, live Gute Nacht, Rookalus So, dann bin ich wieder Gute Nacht Au, wir machen da Bum, bum Debon, ich glaub, das war ganz lustig Soll der durch, ja? Haha Glaub ich einen So nicht So, leckt Boah So, ich bin raus hier Aus dem Spiel jetzt Ich bin teuer verstresstest Chris Hux, vielen Dank für deinen Follow Dann will ich auch mal rausgehen so langsam, glaub ich Ich schlock mich jetzt auch mal vom Server aus Piddy ist gleich da Alter Kriegst du das Ergebnis heute noch raus, nee? Dankeschön Piddy ist, äh, macht sich gerade noch fertig denn das Ja Okay Naja, ist ja auch schon eine Menge zu zählen und zu machen, ne? Ja Nein Ich guck in der Zwischenzeit mal bei Twitch, äh, bei dem einen oder anderen rein Ich kriege da einen Raketenwerfer ins Gesicht Uah So Au So, so Das Ganze hat auf jeden Fall gezeigt, dass so ein paar Dinge dabei sind, wo, ähm, wenn man sowas wiederholt irgendwie in der Richtung, wo es da schon einiges an Verbesserungspotenzial gibt Wollen wir uns nicht zusammentun? Das geht's doch nicht, Alter Wieso fliegt da eine Rakete so durch die Pampa? Einfach nur, weil sie es kann Es ist eine Rakete Möglicher weiß ich nicht Boah Ich guck auch gerade mal, weil das am Seven Days streamen ist so nebenbei Ja, guck ich mal Boah, komm an Ah, guck mal hier Ey, das ist nicht meins, ey Oh, voll verfehlt Wer lebt denn noch von euch? Wer hat denn jetzt Armin, wir skalieren zum Schluss Äh, das macht Das war jetzt kein Der kommt gleich Wahrscheinlich Ich hab keine Kids mehr Mit 400 HP Okay, ich bin ein bisschen länger raus Ich versteck kein Wort Gibt's einen Überlebenden? Das war so Jumper und Stefan Ich bin auch noch da Bin ich in Arsch Ich lebe auch noch Ach, hallo 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 Keiner, der ist Stefan, lass uns uns zusammentun So, ihr Lieben Ich verabschiede mich Bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss Ja, tschüss Tschüss Danke Ciao Ich höre die Leute, aber ich sehe keine Das gibt's nicht, Alter Ähm, Queen, du solltest dir vielleicht was zu essen und zu trinken besorgen Äh, sagen sie mal, wissen wir denn eigentlich schon, wer gewonnen hat? Nein Nee Das wird noch ausgewürfelt Wie lange könnte das noch so irgendwie dauern? Was ist denn was anderes? Bis zur Zeitumstellung vielleicht Ich denke mal maximal zwei Minuten irgendwo Können wir uns nicht einigen, dass ihr gewonnen habt? Nein Nee Jack wird disqualifiziert Okay, das war ein bisschen Overkill Ah, gleich hast du mich Sorry Oh So, jetzt fehlt dir keiner Jack hat außer der Konkurrenz gespielt Nee, also, Jacky, da können wir leider nichts machen Das Was? Da können wir leider nichts machen Achso, ja Das ist einfach so Da können wir nicht irgendwie Ach, das wird es jetzt einfach verringen Nein, Torea, wir wollen in den Fuß Nee, das geht jetzt leider nicht Torea fürs Weinbrechen Also ich weiß, ich weiß zumindest Ich kann mir gut vorstellen, welche Gruppe nicht gewonnen hat Ja Das kann ich mir ganz gut vorstellen Das ist nämlich meine Gruppe Nein Aber natürlich Die Gruppe um Chris war aber auch nicht schlecht Das geht doch nicht Eigentlich müsste die Gruppe D gewinnen Weil so oft wir unsere Base neu aufgebaut haben Oh, jetzt hast du mich Was? Ich muss, ähm, also Ja Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll Es war teilweise lustig, muss ich sagen Run, ich hatte mit dir ein tolles Erlebnis Ganz toll Ja Ich meine, wir hatten Run wirklich eingekesselt Und er schießt mit dem Bogen die ganze Zeit Und in dem Moment, wo der Druck zu groß wurde Hat er auf die Pistole dann gewechselt Ja Und dann fängt er an und ballert mit der Pistole um sich Da hast du keine Chance mehr Naja Das stimmt Da waren aber auch noch 13 Schuss drin oder so Äh, kaum Ich lebe nicht mehr, aber tot Du lebst tot Lebst tot Ja, aber lebt irgendwer von den Donnerbüchsenleuten noch, wer? Ja Die Donnerbüchsenleuten Die Donnerbüchsenleuten Donnerbüchsen Donnerbüchsenleuten Donnerbüchsen Donnerkiesel Wie viele sind noch da? Also ich muss ja gestehen Das erste Auftreffen mit Fleischhammer Das war ja absolutes Chaos bei uns Da haben wir uns ja gegenseitig erschossen Weil wir dann festgestellt haben Oh Das war der falsche Hört dann mal auf mit Irgendwelche anderen Wir rumzuschießen Ich suche mir jetzt gerade auch noch Dann zum Abschluss Jemanden, wo ich einen Host mal rüber schicke Ach ich Ich lasse auch gerade ein paar Follows da bei den Leuten Die zumindest geschrieben haben Dass es PVP-Event ist Dann weiß ich Also der Spielekaiser, der streamt bestimmt noch 3-4 Stunden Minimum Au Nee Nee Das muss morgen früh Moin beim Umzug sein Oh je je Naja Das ist ja noch genug Zeit gestalten Am Sonntag oben, wach Selber Schuld Holst du nochmal die Gitarre raus Und dann geht's los Das kommt davon, wenn man nicht Nein sagen kann Ja Oder wenn Bier eingeboden wird Könnte auch Bier? Danke Montau Bitte 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 Unfassbar Wer lebt denn jetzt noch? Unfassbar Der drückt sich vor allem, der Kaiser Vor allem Komm, Messer In der Box kann noch keiner mehr Ich hab nur Was hast du nur? Komm, Waffen weg Komm, wir treffen uns da unten Komm mal mit hier Wir gehen mal da runter Vielen Dank So, wieder da Bebe 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 Ah, hinten rein Nein, 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 nein Warum? Vorausgesetzt da Fliegen die Raketen jetzt nicht auf uns Ja, da wären wir da Ja, hört doch mal auf mit die scheiß Raketen Ganz ehrlich Ich kann mir auch schon vorstellen, wer gewonnen hat Geil Echt Hast du, Mo, da schon was vor? Aber für Tulo und Wolfs noch unten Ja, jetzt wird's zöbnis Haut ab hier Ich wird'n Penne Ganz schön ein Leck hier Ja, genau Kann ich zwischendurch ein Bierchen trinken gehen? Zwei Ich glaub, du hattest es kürzlich erst genug, oder? Ja, aber hat's bald Danke, Gabriel Irgendwann getroffenen die, gell? Doch, doch, ich muss nicht Doch, doch, ich bin gleich weg hier Gabel Nein, 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 das geht Bitte Also, du musst nur einmal treffen Ganz schön Ähm Ja, komm her Dann bleib doch stehen Ich hab nur noch Ich glaub, das ist nicht so klar Äh, nee, ich werd jetzt auch ausmachen Ja, ich mach auch aus Ja Hat ein bisschen Nerven gekostet, heute Das ist auch dein richtiger Zwei, eins, raus Jack hat keine Nerven Das Hat er gar nicht haben Ja Ergibt nichts Also, gewonnen hat Gruppe C Äh Ja Das war doch Gratulation Oh, nun nützt jetzt Kurz dazu, sag nochmal, wer Gruppe C war, bitte Ellie, Jack, äh, Franklin, Ome und Juchen Hi, Franky Herzlichen Glückwunsch Vielen Dank, meine Damen und Herren Nehme dieses Kreis an Wer gewinnt, gibt einen Ausweis, ja Gigi Wollte ich noch die weiteren Sätze wissen, oder ist das Platz 1 zu alles? Trotz, äh, doch Wir haben keine einzige Waffe War das jetzt Ja, egal, ich hab ihn mit dem Knochenmesser gekillt Ja Gigi, Genie Gigi Danke nochmal für die Machee Jetzt sind doch Also, das war Gruppe G Yeah Jela, Taku, Aldua, Gonchi und Feine wenigstens Wow Da unten, da unten das Blunder, was du, Elle ist einfach zu geil Wird die immer noch dran Ähm, Gruppe 3 war Quatsch, äh, Platz 3 war Gruppe D Ja Ja, Kleppchen Paula, Gamiga, Hölle und Gabriel Nice Äh, Platz 4 war Gruppe E Petra, Tüte, Odin, Keks und Chris Queen, lass uns gehen Wir haben die Destiny Jetzt wird's dann Ähm, ähm, fünfter Platz ist Kaiser Gibt's doch nicht, Alter Oh Gott, aber Scharni, wir haben verloren, ey Fünfter Platz Das ist Schiebung Das kann nicht sein Ich hab euch einfach mit den falschen Leuten angelegt Ich hab gerade Wir haben euch aber gut beschäftigt Ja, das stimmt Mhm Zum Sieg beschäftigt, danke Ja, ja Jawohl Gabriel, danke Ich gucke, dass es mir später geht Bitte, bitte Frank ist Zucker Jaffa Run Stavik Äh, und Rahani Und Ich hab Platz nochmal Den letzten Ja, den letzten Platz sparen wir uns jetzt Ja Sind wir Schrömers Gruppen oder was? Schau nicht, Lucy Better Place to Be Den ich konnte Dürfen wir auch nicht vergessen Genau Er war auch zu viert Ja Ah, okay Fünf Weil Better Place to Be Hatte leider Probleme mit Ähm, mit dem Server Mit dem Internet Keine Ahnung Das hat überhaupt nicht geklappt Ich kann's ja wieder mal In den Augen Ausflogen Also Schnitzel Bei mir war es aber auch so gewesen Äh, ich hatte Meistens immer Unter 10 FPS gehabt Ich musste Äh, wirklich Die Grafik runterstellen Das waren zu viele Einer Wer mit der Donnerbüchse Ne, Stefan Ist eigentlich schon vorbei Stefan, du hast gewonnen Herzlichen Glückwunsch So, wir sind weg denn So, wir sind weg denn So, wir sind weg 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 Na, es war auch schwierig Also Das Glitschen Was hast du wieder gemacht? Ja, das Glitschen war echt schlimm Ja Ich mach mich hier mal kurz Traum Ich verabschiede mich Ins Team an Ich verabschiede mich ins Team an Ja Wer fragt das? Es ist nur Ganz oben Ich schmeiß dich aber gleich wieder raus Okay Alles klar, danke Ich will nur ganz kurz mit dabei sein Damit ich Oh Das Glücksgefühl habe, weißt du? Dann bist du warm ins Herz Und dann nicht mehr Okay Genau, genau Aber den habe ich erwischt GG Ich würde mich auch mal verabschieden Von mein Spiel Oh, fuck Ich habe dich ignoriert Das ist schon so drin Du weißt Ich will jetzt einmal an Jack Eine Freundschaftsanfrage schicken Okay, ich bin raus Danke Mein Name ist ja in der Tat Herzlichen Dank an alle Übrigens Es war ganz toll Hat viel Spaß gemacht Ich bin jetzt aber richtig raus Tschüss Ich winke Ich mache es you, Jack Tolle Arbeit Ich winke mit Du so eine super Arbeit an Schnitzel Riesenlob an Schnitzel Ja, danke Schnitzel Haut alle rein Er hat sich gemutet Er will nicht mehr uns zuhören So, Leute Ich kling mich aber auch raus Weil bei mir klingelt In drei Stunden der Wecker Ach, du so Kein Beileid Bleib doch gleich wach Lohnt sich doch gar nicht Lass uns was machen Ich fahre Ich fahre nur die Frau In die Arbeit Ich kann danach wieder schlafen Sie muss weiter wach bleiben Alter Gut So, Freunde der Sonne Dann werde ich mich an dieser Stelle Auch mal bei euch verabschieden Vielen Dank, dass ihr dabei wart Und ja Ich werde dann Diesen Missglücken Versucht Den einen oder anderen Kill zu machen Werde ich dann ab Montag Dann veröffentlichen Auf meinem YouTube-Kanal Und wie gesagt Vielen Dank, dass ihr dabei wart Und ja Dann sehen wir uns dann demnächst wieder Macht das gut Tschüss Dann sehen wir uns dann Dann sehen wir uns dann Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal